Ja, in der Verleumdungshetzschrift von WIR 2020 EU, an der zwei Vorstandsmitglieder beteiligt sind und ein weiteres Mitglied angeblich, wie weit der Bundesvorstand selbst jetzt beteiligt ist, weiß ich jetzt nicht genau. In dieser Hetzschrift war vielleicht der einzige Punkt, der nicht nur aus Unwahrheiten bestand, war der Punkt drittens, nämlich dass es irgendwie gesagt würde, ja, die wollen ja mit dieser Formulierung News zu oder Talks zu, Sucharit Bhakti und so weiter. Wollen sie natürlich Aufmerksamkeit gewinnen, also ich würde es mal positiv formulieren, denn jeder, der sich da für Professor Sucharit Bhakti und Bodo Schiffmann und für Sieber, Föhlmich und so weiter interessiert, der will doch auch wissen, was es Neues gibt, was es für Lösungen gibt und so weiter. Jetzt haben wir nur auch beim Überlegen natürlich dann auch diskutiert, auch noch mit einem Noch-Mitglied von WIR 2020 EU, die jetzt auch überlegt auszutreten, diskutiert. Und die meinte also, dass das schon vielleicht bei dem einen oder anderen falsche Assoziationen auslesen könnte, als würden wir jetzt nur News über die Leute bringen. Das Problem ist ja immer, man hat ja in so einer Überschrift bei YouTube nur 100 Buchstaben Platz und da geht es, es ist quasi ein ständiges Ringen um jeden Buchstaben von diesen 100, weil es so wenig ist. Und jetzt haben wir die neue Formulierung, Sie sehen es auch hier oben, ich lese es vor, falls es Ihnen zu klein ist, also die wissenschaftliche Tagesschau heute, das ist nur noch der Titel. Wir sprechen nicht mehr so oft von Tagesthemen und von unserem wissenschaftlichen Heute-Journal, weil das wieder Platz wegnimmt, sondern wir haben es jetzt reduziert auf die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und Tipps für Sucharit Bhakti, das trifft es besser. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir manchmal auch News haben über Bhakti Schiffmann, dieser Aspekt fällt jetzt halt weg. Mit den Worten ist es immer blöd. Also wenn man News hat, dann erwarten die Leute vielleicht irgendwelche neuen Nachrichten zu den Personen und nicht nur neue Ideen zu dem Kontext dieser Personen. Und wenn man schreibt Tipps für, dann versteht zwar hoffentlich jeder, dass alles, was wir geben, natürlich Tipps sind. Jetzt steht auch neu drin, stellvertretend für den gesamten Mainstream nur ein Name Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, weil wir natürlich alle unsere Tipps als Weltrat und natürlich auch an die Mainstreamer gehen, in der Hoffnung, dass sie Neues dazulernen könnten. Und also jetzt, ich hoffe, dass jetzt die Leute zufrieden sind, wenn es heißt, zukünftig immer heißt, Tipps für Sucharit Bhakti, ein besseres wissenschaftliches Verständnis von der Welt zu bekommen und die neuen Reformen zu verstehen. Warum müssen wir diesen Leuten Tipps geben? Bhakti Schiffmann, Sieber, Füllmich, Frau Merkel, Krönleinreuter, Rosenfischer, Professor Schwab und all die anderen, die dann unten drunter in den Videos auch noch stehen, im Mehranzeigen oder Mehransehen oder der Infobox sozusagen. Warum? Weil unsere Welt hinter der Wissenschaft, ja, großenteils die Masse der Menschheit, befindet sich so ungefähr wahrscheinlich 200 Jahre hinter dem neuesten Stand der Erkenntnis zurück. Und der Rest befindet sich mindestens ca. 30, 50 Jahre, ja, 76, 76, 76 und, ja, sagen wir mal, ca. 50 Jahre hinter dem Mond, hinter der Zeit zurück. Und die haben alle ein falsches Weltbild, weil ja unser Weltbild größtenteils aus vorteilbringenden Irrtümern, parasitären, Memen, Killer, Viren des Geistes, also aus manipulativen Irrtumsgedanken besteht und daraus macht ja auch jeder Wissenschaftler sein Weltbild. Weil ja die Universitäten auch, in denen schwirren ja auch lauter vorteilbringende Irrtümer verschiedene Sparten und Branchen durcheinander, ja, also ich mache mal nur ein Beispiel, wenn Sie ein Medizinstudium an der Universität haben, dann haben Sie natürlich alle vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie auch in den Universitäten drin. Oder wenn Sie Sozialarbeiter irgendwo an Fachhochschulen ausbilden, dann haben Sie natürlich alle Irrtümer, vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sich die Sozialspartler Neukunden beschaffen und Dauerarbeitslose und Dauerkunden verschaffen, die haben Sie natürlich alle mit drin. Hier unten rechts immer, immer grundsätzlich an dem rundlichen Ding mindestens 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit. Unser Tipp, schauen Sie niemals auch nur eine Sendung ohne Beschleunigung. Schluck Wasser. So, das heißt also, wir werden jetzt natürlich auch ab und zu Nachrichten über diese Personen bringen, aber jetzt müssen Sie sich halt denken, dass es eigentlich heißt, Tipps und News und Talks und alles und einfach, einfach, was gibt es Neues rund um den Kontext von Bakhti, Schiffmann, Sieber, also den Kontext der Neuparteien hier, dann der Neuparteien, die Basis- und Fraktpartei, wir 2020 EU erwähnen wir im Moment nicht mehr in dem Tipps für, weil wir die ja nicht mehr beraten und weil wir denen ja jegliche Unterstützungsmöglichkeit und jegliche Bereitschaft, für diese jemals noch mal Reformen durchzuführen und umzusetzen in den Ministerien ja entzogen haben, wegen ihrer kriminellen, verleumderischen Hetzschrift. Und jetzt noch mal kurz, nur kurz zu dieser Hetzschrift. Stellen Sie sich vor, eine nur aus Unwahrheiten bestehende Hetzschrift wird morgen über Sie geschrieben und der Wir-2020-EU-Vorstand findet nichts dabei. Darf es eine solche Partei in Deutschland geben? Nein, denn diese Partei ist für Sie und für alle anderen eine Gefahr, wo eine solche kriminelle Grundmentalität in den Köpfen vorherrscht, dass es egal ist, wie man Menschen behandelt. Und möchten Sie von jemandem regiert werden, dem es völlig egal ist, wie man Menschen behandelt? Ja, das ist der Punkt. Oder stellen Sie sich vor, die Partei Wir-2020-EU, da hätte jemand eine Hetzschrift geschrieben über lauter Lügen über Juden. Da würde doch jeder normale Mensch sofort erwarten, dass sofort all die Leute, die damit zu tun haben, hochkant aus der Partei rausgeschmissen werden, oder? Oder stellen Sie sich vor, in der AfD würde so eine Hetzschrift geleakt von Parteimitgliedern. Was wäre das für ein Skandal und so weiter? Ja, aber na gut, wir sind halt nicht die Juden, sondern wir sind nur die nextscientistsforfuture.de. Und da ist das halt nicht so ein Riesenskandal, ja. Nun gut, zwei neue Telefonnummern sind aufgetaucht, die ich gleich anrufen werde. Ja, also wir konzentrieren uns jetzt auf die Unterstützung im Prinzip von Die-Basis und die Unterstützung von FRAG-Partei und die Unterstützung von wir2020.de in der Hoffnung, dass die die Partei Wir-2020 demnächst wieder übernehmen können oder dass die dann wirklich auch als eigene Partei endlich im großen Stile antreten. Denn dort haben wir bis jetzt die kompetenten Leute gefunden, die nämlich unsere Tipps aufgegriffen haben und die auch schon denken in Vielfalt, also in Anhören der anderen Seite. Also bis jetzt ist ja so, dass alle Parteien sozusagen das Lippenbekenntnis hatten. Wir dürfen doch nicht nur Drosten, Wieler und Lauterbach hören. Wir müssen doch auch die anderen Seiten hören, wie Bhakti, Wodak, Schiffmann und so weiter. Ja, ja, und die Next Scientist for Future vor allem, ja. Und das ernst genommen hat eigentlich bis jetzt, wir haben nur die FRAG-Partei und wir2020.de und nur einzelne Mitglieder waren das ja gewesen von wir2020.eu und Professor Martin Schwab von Die-Basis war auch schon mal in einer Talkshow mit uns. Aber so richtig viele Basismitglieder waren, ich glaube, sonst war niemand von der Basis in Talkshows mit uns. Also das heißt, die Öffnung für die anderen Seiten fehlt noch völlig. Die ja die Grundvoraussetzung, das hat ja die FRAG-Partei so richtig verstanden, dass ohne eine Öffnung für alle Experten und damit für alle Argumente für bestimmte Reformen eine Basisdemokratie ja gar nicht existieren kann, weil der Debatten- und Denkraum der Parteibasis, ja, quasi total beschränkt wird auf die wenigen Experten, die von den Oberen der Partei überhaupt für die interne Diskussion zugelassen werden. Und ja, also von daher, ich zeige das jetzt nochmal. Also eine Basisdemokratische Partei beginnt, also überhaupt eine Demokratische Partei beginnt mit unserer Demokratisierungskette und das erste Element der Demokratisierungskette. Ich will gar nicht heute reden über Wohlfühlstimme, über Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und entsprechende Übungssendungen täglich, dreimal täglich im Fernsehen, morgens, mittags, abends sozusagen und über die Volksentscheide, sondern erst einmal der erste Schritt der Demokratisierungskette ist, schreibe keine einseitigen Wahlprogramme mehr, sondern schreibe sie schon als vielseitige Volksentscheide, wo du die anderen Seiten, die anderen Experten auch mit einbaust. Und hier zum Beispiel, stell dir mal vor, das wäre jetzt Gesundheitsreform. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf unterschiedliche Varianten der Gesundheitsreform. Hier ist zum Beispiel Stichwort Gemeinwohlökonomie. Eine kann ja, ein Gesundheitsreformvorschlag könnte von der Gemeinwohlökonomie kommen. Eine andere von XY und so weiter. Und hier links, das wäre dann der Vorschlag von den Next Scientists for Future. Und das heißt, und den WählerInnen die Wahl überlassen und nicht die Parteibasis das schon runterkonsensieren lassen, denn die Parteibasis sind nicht die WählerInnen. Sondern die Parteibasis sind eine selektierte Stichprobe, die nicht einer repräsentativen WählerStichprobe entsprechen dürfte in den meisten Fällen. Und deswegen darf man die nicht, sozusagen, die eine nicht repräsentative WählerStichprobe, darf man nicht verwenden, wenn man wirklich basisdemokratisch sein will. Denn dann muss man es im Volksentscheid der wirklichen Basis überlassen, nämlich den WählerInnen. Und deswegen sollte man dann Wahlprogramme nur noch in Form von Volksentscheiden schreiben. Und das zeige ich jetzt optisch nochmal. Also damit beginnt überhaupt der Beginn des Basisdemokratischen. Und zwar hier. Ja, also unsere Homepage. Man zieht ein paar Zentimeter runter. Und dann geht man hier unten hin. Volksentscheid Wahlprogramme. Damit Sie das nochmal sehen, hier können Sie es dann auch nachlesen. Das war also der vierte Link jetzt, wem es zu schnell gegangen ist. Und dann können Sie hier im Prinzip durchscrollen und alles lesen. Mal so einen Vorentwurf, so einen ersten Arbeitsentwurf. Links stehen immer die Konzepte der Next Scientists for Future. Und über alles. Und zum Beispiel zuletzt hatten wir ja gesprochen auch über das Thema. Ja, bei uns ist es ja auch so ein Thema. Ist denn das, was wir jetzt haben, schon die glücklichste Lebensform von allen? Oder hat unser bösartiger patriarchaler Raubtierkapitalismus eventuell unsere Glücksquellen unterdrückt, damit wir alle kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig usw. geworden sind und damit mehr Umsatz gebracht haben. Und genau, denn das ist ja durch die Forschung zwangsläufig so. Es geht nicht anders. Die Evolution der letzten 400.000 Jahre muss eine Evolution gewesen sein, der Unterdrückung der natürlichen Glücksquellen zugunsten der kaufbaren Händlern Profite bringenden Ersatzbefriedigungsquellen, sozusagen. Ja, und denn der Händler verdient nichts daran, wenn sie glücklich sind ohne ihn. Jeder Vorteil bringt, jeder Irrtum erweist sich dann als Vorteil bringen, der sie dazu bringt, dass sie ihr Glück nur noch vom Händler beziehen, weil ihre natürlichen Glücksquellen tabuisiert worden sind durch diese vorteilbringenden Irrtümer, wie z.B. Körperfeindlichkeitsvorteilbringende Irrtümer oder vorteilbringende Irrtümer der Sexualitätsunterdrückung, der Sexualitätseinschränkung, der Sexualitätsbegrenzung, der Sexualitätskommentierung und so weiter. Und so wird ihr Glück runtergefahren und ihnen stattdessen das Kaufen gegeben. Sie können auch darüber nachdenken, dass ihnen das Glück weggenommen wurde, das eigenen Musizierens, weil die Händler mehr verdienen, wenn sie Musik kaufen. Also sie wurden quasi vom Selbertuenden zum Konsumenten hin manipuliert. Also so hat jede Industrie ihre vorteilbringende Irrtümer, mit denen sie unsere Köpfe manipuliert und am Ende uns zum Kaufen bringt, ja, sozusagen. Ja, Schluckwasser. Ja, sie haben hoffentlich schneller gedreht, denn ich will mich diesem Diktat des Schnellredens nicht weiter unterziehen. Dann, ich habe ja vorhin gesagt, der normale Wissenschaftler und alle, die jetzt in den Parteien, da sind ja jetzt auch viele Professoren Mitglied bei die Basis geworden, ja. Aber wieso sind diese jetzt alle 50 Jahre hinter dem neuesten Stand zurück? Ja, weil die meisten es nicht mal schaffen, hinter den Stand von 2013, auf den Stand von 2013 zu kommen. Also ich lese nochmal vor hier, Wikipedia in einer Umfrage des Magazins Prospekt wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren, Dawkins, 2013 zum weltweit wichtigsten Denker. Ja, also ich selbst auch, ich habe jahrzehntelang Professor Richard Dawkins studiert, aber da muss man erst mal drauf kommen, ja. Also alle meine Mitstudenten, die eben nicht eine Durchschnittsnote von 1,1 hatten, sondern eine Durchschnittsnote von 1,5 oder 1,7 oder 2 oder 3 oder so, ja, die kommen niemals in die Nähe von Professor Richard Dawkins, weil nur die intelligentesten Menschen der Erde finden ihren Weg zu Professor Richard Dawkins. Er ist zwar total berühmt in der Welt, aber die meisten, ja, sehr viele Leute, sehr viele Pseudowissenschaftler lehnen ihn sogar ab, ja, obwohl er einer der klarsten, also obwohl er eben der klarste Denker vor dem Weltrat war. Ja, denn wir schreiben ja jetzt dann hier auf der Homepage, Weiterentwickler und geistiger Nachfolger von Professor Richard Dawkins wurde 2018 der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientists for Future, ja. Ja, ich google jetzt mal zum Spaß, vielleicht müsste man das auch ändern, aber vielleicht schafft das Google auch so. Ich google das mal. Professor Richard Dawkins, Wikipedia, ja, da können Sie ja mal anfangen bei Wikipedia, da steht das auch mit dem, ja, und so. So, und, also funktioniert auf jeden Fall, man findet auf jeden Fall gleich mal, schon mal den Wikipedia-Eintrag. Ja, also das A ist, äh, Schluck Wasser. Also wer als Wissenschaftler oder als Bürger noch nicht bei den tollen Büchern von Professor Richard Dawkins angekommen ist, der ist gar nicht in der Nähe des neuesten Standes der Erkenntnis, denn Dawkins selber ist ja wieder 30 Jahre hinter uns zurück, also hinter dem Weltrat und den Next Scientists for Future. und wer noch nicht bei Dawkins angekommen ist, der ist ja dann, der ist ja dann eben noch viel weiter zurück. Wie gesagt, ich sagte ja, die meisten Menschen sind wahrscheinlich fast 200 Jahre hinter dem neuesten Stand der Erkenntnis zurück. Viele sind ja noch vor Charles Darwin sozusagen in ihrer Erkenntnis oder vor Alfred Russell Wallace und Charles Darwin, ja, die beide ja die Evolutionsbiologie begründet haben, ja, und, äh, und, äh, und, äh, und wer noch nicht bei Dawkins ist, der hat von der Welt gar nichts verstanden, ja, und, äh, und, äh, und Dawkins selber ist wieder 30, 20, 30 Jahre hinter dem Level von Next Scientists for Future und Weltrat zurück, ja, also von daher und leider alle, die jetzt bei der Basis sind und von den anderen Neuparteien will ich nicht reden, äh, außer wir2020.de, der Dr. Cornelius Wülker und seine Parteifreunde, die mit uns in Talkshows konstruktiv über neue Reformen erhaltet haben, der ist eben nicht 50 Jahre, 30 Jahre hinter der Zeit zurück, sondern der ist auf der Höhe der Zeit, spätestens seit, spätestens nachdem er mit uns gesprochen hat, aber der war schon so auf der Höhe der Zeit, dass er uns sofort beim Corona-Ausschuss entdeckt hat und hat gesagt, ja, die haben es doch drauf, die, die wissen doch, wie es geht, ja, und dann hat er sofort begonnen und hat gesagt, er hat sofort begonnen, uns zu befragen als externe Experten zu unseren Reformkonzepten zusammen mit seinen Parteifreunden, ne, also das heißt aber in die Basis gibt es bis jetzt niemanden, der nicht circa, äh, mindestens wohl 50 Jahre hinter der, dem neuesten Stand der Welterkenntnis zurück ist und, äh, und deswegen ist ja auch das Problem, dass die Basis, ja, es ist ja noch nicht mal eine basisdemokratische Partei ist, denn eine basisdemokratische Partei kann es niemals geben, wenn der Debatten- und Denkraum eingeengt ist und die anderen Seiten der Experten grundsätzlich ausgeschlossen werden und der Parteibasis vorenthalten werden. Und das wird jetzt das Anlegen der nächsten Zeit sein, hoffentlich endlich die Basis dafür zu gewinnen, dass sie sich für echte Basisdemokratie öffnet, zu der zwangsläufig, wie das die Fraktpartei ja richtig erkannt hat, die, äh, die Öffnung für alle externen Experten beziehungsweise für alle entsprechenden Wahlprogrammvorschläge, Wahlalternat, also man kann sagen Vorschlagsalternativen zu einem bestimmten Reformenthema, ja, also drei bis, drei bis zehn unterschiedliche Gesundheitsreformvorschlagswahlalternativen gehören in ein richtiges Volksentscheid-Wahlprogramm. Und wenn es mehr gibt, dann nimmt man nur die zehn sich am stärksten unterscheidenden, lässt die Wähler in einem Volksentscheid ihren daraus ihren Favoriten gewinnen und spaltet diesen Favoriten dann in nochmal drei bis zehn Wahlalternativen, Vorschlagsalternativen auf und dann lässt man noch einmal nachwählen und dann hat man die endgültige Entscheidung, welche Reform die Wählerinnen wollen. Natürlich geht es rein theoretisch auch sozusagen die Wohlfühlstimme, die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und die entsprechenden Fernsehtalk-, Übungstalkshows. Das würde alles auch gehen und würde genau den gleichen Effekt letztendlich erzielen, nämlich weil dann durch die Wohlfühlstimme und die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide wären die bisherigen Parteien alle gezwungen, sowieso alle Experten hören zu müssen, auch der anderen Seiten, weil jeder, der einen wichtigen Experten verschläft und eben nicht zurate zieht, wird ja dann schlechtere Wohlfühlstimmen bei seinen WählerInnen zur Folge haben und wird dann endgültig abgewählt und zwar bundesweit als Partei. Also das heißt, wir haben eigentlich in unserer Demokratisierungskette mehrere Dinge, die die gleiche Funktion haben. Alle haben sie die gleiche Funktion, nämlich dazu zu führen, dass Politik alle Experten nutzt und nicht nur einseitig die Experten, die zum Beispiel als Impfindustrie Experten sozusagen die Profite der Impfindustrie vergrößern oder Lobbyisten der Nahrungsindustrie oder der Zuckerindustrie oder was auch immer oder der Tabakindustrie und so weiter, sondern dass die alle Diener von uns WählerInnen werden und nichts sonst. Und unsere Demokratisierungskette hat da viele Punkte, aber der erste, über den auf jeden Fall man immer nachdenken muss, ist Parteiprogramme in Form von als Volksentscheid-Wahlprogramme schreiben, damit man sich immer daran erinnert, habe ich denn alle Experten gehört? Habe ich denn die andere Seite gehört? Oder rutsche ich schon wieder in eine Einseitigkeit rein? Und bei der Basis ist ja jetzt die Gefahr, dass die in die Einseitigkeit der Anthroposophie als einzigen Experten reinrutscht und damit die kompetenteren Experten ja gar nicht mehr hören kann. Und das ist der Punkt. Gut. Ja. So, dann schauen wir mal weiter, also was hier noch so steht. Ja. Genussmittel. Alkohol, Tabak, ja. Die Frage ist ja, erstens haben wir ja deutlich gemacht, dass wir niemanden seine Suchtmittel wegnehmen. Wir wollen die Leute beschenken über die Hausarztgesundheitskommune, wo dann vielleicht einige wenige Leute anfangen werden, auch mal mit matriarchalen Kommunen zu experimentieren, mit vielleicht sogar mit urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunen oder mit Bonoboschenker-Kommunen oder mit reinen Schenker-Kommunen. Kann doch jeder ausprobieren, wie er will. Hauptsache, dass jetzt dann, wenn alle nur noch ein Interesse haben, dass wir alle so glücklich wie möglich leben, wird sich immer die Frage stellen, was hat der bösartige, patriarchale Raubtierkapitalismus in uns alles an Glücksquellen unterdrückt, hat er uns möglicherweise unsere natürliche Kommunen-Lebensweise, unsere natürliche kommunistische Lebensweise weggestohlen, damit wir mehr kaufen mussten und müssen und so weiter. Und durch unsere Reform wird das Ganze ja umgedreht und alle, auch alle Konzerne werden nur noch ein Ziel haben. Wie kann ich den Menschen in die glücklichstmöglichste Lebensweise zurückhelfen? Und das kann dann eventuell auch inspiriert sein durch Ideen und Nachdenken über, auch über zum Beispiel so Stichworte wie ur- oder vollmatriarchale, pazifistische Bonoboschenker-Kommunen im Rahmen eines entsprechenden Kommunismus. Und sie merken, dass dieser echte Kommunismus sich total genau das Gegenteil ist von dem Pseudokommunismus einer DDR oder einer Sowjetunion und so weiter. Ja, also wir sind die schärfsten Kritiker des Pseudokommunismus, aber sagen, wir sollten mal diskutieren über die Natürlichkeit eventuell des urmatriarchalen, vollmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus. Zumindest darüber, diskutieren. Schluck Wasser. Und niemand würde bei uns jemals auf die Idee kommen, irgendjemandem Druck machen zu wollen, dass er irgendwas soll. Er soll auch nicht. Wir werden kein Hausarzt riskieren, seine Kunden zu verlieren, indem er auch nur den geringsten Druck daraus aufübt, zum Beispiel Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten sein zu lassen. Er wird natürlich sagen, ja, das schadet ihrer Gesundheit, aber natürlich ist es schwer, davon wegzukommen. Und kommen Sie doch einfach zu unserem Gesundheitskommunen-Gesundheitskursangebot, unserem Freizeit- und Wochenangebot. Und vielleicht wird dann für Sie Tabak und Alkohol ziemlich uninteressant, weil es bei uns so viel Spaß gibt mit Menschen, so viel glückliche Dinge, singen, tanzen, musizieren, Sport machen. Alles richtig mit Freude und Spaß. Gemeinsam gesundes Einkaufen, gemeinsam gesundes Nahrung zu bereiten und, und, und. Also so viele Events, die so viel Spaß machen, wo Sie dann plötzlich merken, dass Sie viel glücklicher leben können, dann jetzt auch ohne Alkohol und Zigaretten. Aber das ist dann Ihre Entscheidung, selbstverständlich. Ich rede Ihnen da nicht rein, aber so wird sich der Hausarzt verhalten. Ja, der wird auf keinen Fall Druck machen, denn wenn er Druck macht, ist der Kunde weg und er verdient weniger Geld. So einfach ist das, ja. Und, und insofern wird niemand Druck machen. Auch niemals wird ein Hausarzt außer einer sanften Empfehlung es doch vielleicht mal mit einer Mehrgenerationen Wohngemeinschaft auszuprobieren oder so. Mehr wird er nicht tun. Er wird vielleicht auch mal irgendwie erzählen über, über, über Matriarchat und Ur- und Vollmatriarchat und so weiter. Und ja, aber nur, wer sich dafür interessiert, denen wird er helfen als Supervisor und Mediator mit seinem Team jedenfalls dort. Die werden, dass sein Team wird als Supervisor und Mediator sozusagen. Das sind auch neue Aufgaben für Psychologen, die dann mit dem Rüstzeug der Vorteilbringenden Irrtümer-Abbautherapie der Next Scientist for Future, der einzigen zukunftsträchtigen Psychotherapie, dann ja letztendlich sozusagen den Menschen helfen, dass sie in den Mehrgenerationen Wohngemeinschaften ihre Streitsucht, ihre, ja, die Streitsucht des Kapitalismus verlieren und zur Fähigkeit kommen, liebevoll miteinander kooperativ zu leben in den Gemeinschaften. Ja, und dann sind vielleicht unsere Wohnhäuser voll in, aus lauter Kommunen. Also jede Wohnung ist dann also quasi nur ein Teil einer glücklichen Kommune oder Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft. Ja, das Ganze, vielleicht ein Wohnhaus ist dann eine Gesamtwohngemeinschaft vielleicht, ja, wo die Wohnungstüren offen stehen und nur die einzelnen Zimmer abgeschlossen sind, um eben eine gewisse Privatsphäre zu garantieren oder so, ja. Kann man ja über alles nachdenken, ja. Aber niemand wird sie jemals schubsen. Und wenn sie eine ganz strenge katholische monogame Ehe führen wollen oder asexuell leben wollen oder im Zölibat leben wollen oder als Mönch oder Nonnen leben wollen, niemand wird sie auch nur schubsen oder irgendwas und irgendwie sagen, sie sollen da, also niemand wird irgendwie Druck ausüben, dass sie das jemals ändern sollten. Niemals. Weil welcher Hausarzt will sie verärgern? Niemals. Keiner. Das ist dann ein Glücksmöglichkeitsangebot. Und ob sie ein Glücksmöglichkeitsangebot annehmen oder nicht, das ist doch ganz allein ihre freie Entscheidung. Schluck Wasser. Ja, und bei Alkohol, ja, jetzt könnte man ja auch sehen, stellen sich vor, der Alkoholkonsum geht ja auch in die Wohlfühlstimme ein. Das heißt, natürlich ist es für die Bürger, für die Wählerinnen auch so, dass sie, wenn sie sich mit ein bisschen Alkohol wohlfühlen, dass sie, auch wenn sie ab und zu Alkohol kaufen oder im Restaurant ab und zu Alkohol trinken oder in der Kneipe ab und zu Alkohol trinken, ja, dass sie dann vielleicht sogar relativ gute Wohlfühlstimmen abgeben, weil das Gesamtempfinden gut ist. Wenn aber andere zum Beispiel dann gar keinen Alkohol kaufen, weil sie sich in ihren Hausarztgesundheitskommunen so viel Spaß haben ohne Alkohol und die dann bessere Wohlfühlstimmen abgeben, dann wird sich natürlich jeder Alkoholkonsument fragen, weil das ja ständig veröffentlicht wird, diese Daten, ja, über groß, über alle Bürger Deutschlands, so Millionen Statistiken quasi ständig veröffentlicht sind und dann wird er sehen, aha, die Leute, die gar keinen Alkohol trinken, aber stärker in ihren Hausarztgesundheitskommunen teilnehmen an den kostenlosen Veranstaltungen, die geben noch bessere Wohlfühlstimmen ab als die, die ab und zu Alkohol trinken. Ja, dann sollte ich vielleicht ganz aufhören mit dem Alkohol und lieber zu den Gesundheitskommunenterminen meines Hausarztes geben, die er mir ja schon die ganze Zeit kostenlos angeboten hat und so weiter, ja. Und so werden die Leute dann das austarieren, ja. Also dann, und falls eben viele Leute gute Wohlfühlstimmen abgeben, die ab und zu Alkohol konsumieren und einkaufen, ja, dann kann man damit auch Geld verdienen in Zukunft, auch noch in Deutschland. Dann braucht man den Alkohol nicht aus dem Ausland zu importieren, für die, die weiterhin Alkohol trinken werden, sondern man kann auch in Deutschland damit Geld verdient werden, weil die Verdienstzuschüsse für die Konzerne richten sich ja nach den Wohlfühlstimmen, den Gesundheitsdaten und der Langlebigkeit. Wobei natürlich, wenn Alkohol wirklich lebensverkürzend wirkt, was ja angeblich hundertprozentig bewiesen sei, dann ist das mit den Verdienstzuschüssen natürlich nicht so rosig und dann kann man schon den Alkohol, den deutschen Alkoholfirmen schon empfehlen, schon noch noch gesunde Nahrung mit dazu zu nehmen in ihr Programm, damit sie überhaupt genügend Verdienstzuschüsse bekommen, damit sie da nicht in Probleme geraten, ja, ja, in, was ist das jetzt, in, F, L, O, N, ich kann es nicht lesen, sorry, also ich lese mal vor. Schwächen der Wirtschaft, ach, in Playlist 6, ja, der beste Sender der Welt, News und Talks im YouTube und bei Instagram, News und Talks, die haben also wieder eine neue Playlist aufgemacht, die Playlist 6, weil die ja immer, wenn jede Playlist voll ist, bevor sie unhandelbar wird, bei circa 150 werden wohl die Playlists unhandelbar, habe ich mir sagen lassen und dann machen die immer eine neue auf und da ist jetzt die neue Playlist 6 und da ist die Arte-Sendung mit den Schwächen der Wissenschaft jetzt die Titelsendung, also schaut rein und alles Neue ist jetzt dann in Playlist 6, ja, der Sender mit dem besten Programm über alles wirkliche, Wichtige, was es in der Welt gibt, natürlich dann deswegen auch ganz oft mit uns, ja, die sind ja auch ein Re-Upload-Sender von unseren Sendungen, weil sie eben sagen, da das Beste in der Welt die Next Scientists for Future sind, müssen wir die natürlich auch ganz viel bringen und nicht nur Arte, ja und bei auch, ich sag mal was zur Arte, Arte macht so die besten kritischen Sendungen zur Zeit, aber sogar Arte hat nur ein Interesse am Berichten über Skandale, aber nicht an der Abschaffung aller Skandale, denn damit kann ein Journalist wieder kein Geld verdienen, ja, in diesem wahnsinnigen jetzigen System, das ja unbedingt geändert werden muss, kann ein Journalist ja nur Geld verdienen, solange die Skandale bestehen bleiben, stellen sich vor, es gibt keinen Skandal mehr, was machen dann die Arte Journalisten, wer bezahlt die dann noch und das ist genau das Dilemma unseres Systems, wir müssen alle Leute wie die Ärzte zum Beispiel bezahlen, wenn sie uns helfen, dass wir gesund bleiben, während im jetzigen System, oh Gott, oh Gott, hoffentlich werden die Leute nicht alle gesund, weil dann werde ich ja gar nicht mehr bezahlt als Arzt, weil das jetzige System nur bezahlt, wenn die Leute krank bleiben und nur dann wird weiter gezahlt. Also und deswegen, wir brauchen ein System, wo wir durch starke positive Anreize die Ärzte genau dann belohnen, wenn sie Krankheiten verhindern und eben auch Operationen unnötig machen. Ja, und dann war so eine Fragestellung, könnte nicht irgendjemand verwirrt es, so in der letzten Talkshow kam das ja als Frage auch auf, könnte es nicht sein, dass dann ein Verwirrter sagen könnte, ja, ist das nicht so ein bisschen rassistisch, dass wir sagen, ja, Kommunen funktionieren am besten, wenn sie relativ homogen sind. Dann kann man noch mal erläutern, jetzt, damit das deutlich wird, dass das nichts mit rassistisch zu tun haben kann, denn in einer Kommune, stellen Sie sich vor, wir haben in einer Kommune hier in Deutschland drei schwarzafrikanische Frauen und oder zehn oder zwanzig, dreißig schwarzafrikanische Frauen, zwanzig, dreißig hellhäutige Frauen aus aller Welt und so weiter, dann ist das ja für unser Kommunenmodell ja überhaupt kein Problem, weil das Problem ist ja immer nur, wenn die Männer unterschiedlich sind. Denn welches Kind von welcher Mutter ist, weiß ja jeder, weil jeder hat ja gesehen, aus welchem Bauche welches Kind gekrabbelt ist, sozusagen. Also weiß jeder, außer bei Leihmüttern, da weiß man nicht, weil die genetische Mutter ist dann oft noch eine andere als die Leihmutter selber, aber normalerweise weiß man ja immer, welches Kind ist von welcher Mutter. Und das ist ja auch völlig unproblematisch. Das Problematische ist ja in der Natur immer nur die Kindesmisshandlung durch Männer, die denken, sie seien nicht der Vater des Kindes. Immer dann, wenn ein Lebewesen erkennt, wie die Löwen oder die Bären oder die Affen oder Menschen, wenn die erkennen, aha, das ist nicht mein Kind, dann steigt beim Menschen, bei dem Tier Mensch, steigt die Häufigkeit, mit der Kinder getötet werden oder gequält werden, auf das Vierzigfache dessen, verglichen mit dem, wenn ein Mann denkt, er sei der leibliche Vater des Kindes. Also diese Kindstötungstendenz ist bei uns Menschen und bei allen anderen Tieren auch überall gegeben. Und das ist das Problem. Also das heißt, wir müssen dann in einer Kommune, müssen wir lauter dunkelhäutige Männer haben, also schwarzafrikanische Männer in einer Kommune in Deutschland, damit die schwarzafrikanischen Männer die Kinder nicht anhand der Hautfarbe feststellen können, das ist nicht von mir. Denn dann beginnt die Gefahr wieder der Kindstötung oder des Quälens von Kindern. Zumindest bei den Bonobos oder bei allen anderen Tieren. Und deswegen, Homogenität brauchen wir also immer nur bei den Männern einer Kommune. Nicht bei den Frauen. Und deswegen, dann wird es vielleicht eine andere Kommune geben, da sind auch wieder viele schwarzafrikanische Frauen, viele hellhäutige Frauen und so weiter. Aber dann sind da zum Beispiel eben nicht schwarzafrikanische Männer, sondern nur hellhäutige Männer. Denn dann können diese wieder nicht anhand des Aussehens der Kinder feststellen, von wem sie nicht der Vater sein können. Und damit ist wieder die Wahrscheinlichkeit für die Tötung des Kindes geringer. Also sozusagen Stiefväter töten häufig Kinder. Und diese Gefahr muss man begrenzen. Die Tatsache, dass auch Stiefmütter Kinder töten, die sollte halt ausgeschlossen werden dadurch, dass wenn die Frauen in der Kommune alle in Liebe sind miteinander, dann töten sie sich auch nicht mehr gegenseitig die Kinder. Aber dafür müssen sie sich eben auch lieben. Ja? Und also deswegen maximale Homogenität in den Kommunen zu erzeugen gilt erstmal nur für Männer. Für die Frauen gilt nur, dass sie eine maximale Liebe unter den Frauen herrschen sollte. Und dann gibt es weder Kindstötung von Seiten der Frauen noch Kindstötung von Seiten der Männer. Das ist das, was der Evolutionsbiologe als Tipp geben kann. Dass Homogenität bei den Männern eventuell wichtig sein könnte. Sonst nicht so sehr. Ja? Ja, das war's schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also, tschüssi, bis bald. Wo bist du?